Hallo! Willkommen zu dieser erkundungsreichen Folge von Minecraft Universal-Familien. Heute werden wir ein bisschen Gunpowder farmen, weil ich habe was vor und dafür brauche ich sehr viel Munition. Deswegen brauche ich auch viel Gunpowder. Oh, das trifft ein Creeper. Da in dem Haus. Hier drinnen. Hallo, Mr. Creeper. Wo bist du denn? Ah, hier unten. Ah! Okay. Darf ich nicht reinfallen? Was ist denn der? Ah, ich glaube hier drinnen an dem Wasser. Wo ist er denn hier? Ist er da drin? Ich sehe hier nämlich überhaupt nichts. Ah, ja, er ist hier drinnen. Äh, wie töte ich den denn jetzt am besten? Kein richtiges Schwert mehr. Diese Partikelnerven. Sehr. Okay, habe ich ihn. Hat er was gejobbt? Nee, hat er nicht. Schade. 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 Egal. Weiter. Da ist einer. Hier drinnen. Oh ja, da sind sogar viele. Da sind richtig viele. Hier ist eine Treppe. Okay. Da muss ich mich nicht reinbauen. Okay. Wieder nichts. Okay. Der hat was gedroppt. Nehme ich direkt mit. Der hat auch gedroppt. Gut. Das waren alle hier drinnen. Mal weiterschauen. Warte mal, da sind ja noch mehr. Wie viele sind denn da drin? Hier unten. Ja, hier unten sind noch viel mehr. Oh ja, oh ja. Oh, der Creeper ist leider explodiert. Was ist denn hier unten? Ah, mehr Wasser. Sehr schön. Äh, hier. Okay. Bam. Bam. Okay, 5 Gunpowder. Drinnen soll noch einer sein. Hey, in dem Gebäude ist schon wieder einer gespawnt. Ja, hier ist wieder einer gespawnt. Neue Creeper-Farm. Wieder gedroppt. Okay, gut. So, das waren wir jetzt alle. Oh, hier in dem Gebäude soll ein Creeper sein. Bei einer unteren Etage. Seh mal wieder überhaupt nichts. Ah ja, hier. Sind ein paar. Der greift mich nicht an. Gut. Oh ja, hier sind richtig viele. Ja, leider explodiert. Okay. Greift die Spinne mich an? Ne. Okay. Der Creeper explodiert aber noch. Vielleicht hätte ich daran denken sollen. Jetzt werden die halt hier nie rauskommen. Okay. Nächstes. Mehr Creeper. Ich fliege am besten nochmal zurück, weil ich bin 4.000 blöcke weit weg. Ja. Jetzt voll die Erkundungstour war schon ziemlich weit. Muss auch noch das Dorf wiederfinden oder das Quatt. Das ist eine schöne Banne. Hier war ich aber schon. Ja. Hier war ich schon. Warum habe ich das Essen hier drin gelaufen? Brauche ich doch. Schon besser. Oh. Hier drin ist ein Creeper. Der Kiste ist definitiv nicht. Ist gut. Wie immer. Da ist nur Wasser. Wo ist denn der? Der hinter? Ne, der ist auch nicht hier. Wo ist der? Na egal. Ein Creeper ist das nicht wert. Hier müsste doch gleich das Dorf sein. Wo ist das Dorf? Na. Wo ist denn das Dorf? Das hier ist nicht das Dorf. Obwohl. Ne. Das ist das Dorf. Wie weit bin ich denn geflogen? Ich frage mich immer noch, ob man die zählen kann, die Dinge. Ich glaube aber nicht. Ähm. Ist das Honig? Ja, das ist Honig. Warum? Warum ist da Honig? Honig! Ja. Okay. Hab ich Honig. Aber auch immer die Honig ist. Das kann man schon gebrauchen irgendwann mal. Ähm. Ist da beim 5 Eisen übrig? Ähm. Eisen ist schon wertvoll. Ich ne, werbe das weg. Äh. Das Zeug kriegt man nicht so einfach. Das kriegt man echt nicht einfach. Hier ist wieder dieser, hier sind wieder diese Pilze. Äh. Das ist ein sehr schönes Bild. Äh. Okay. Ich seh jetzt aber nicht das Dorf. Das müsste hier doch gleich sein. Was ist das? Pilze. Okay. Was ist denn mit dem Haus passiert? Okay. Ist auch weiter. Oh nein. Da sind wieder diese Vögel. Muss schnell sein. Ähm. Sehr schnell sein. Verfolgen die mich? Ich glaube nicht. Okay. Hier ist doch aber gleich das Dorf. Und wenn hier nicht das Dorf ist, dann ist... Dann... Ja. Ich bin am Dorf schon vorbeigeflogen. Ich muss nach da. Da. Okay. Jetzt hab ich's aber. Ah. Da ist das Dorf. Okay. Ich glaube ich muss eine Sache wegwerfen, damit ich das Quad hochheben kann. Wie? Ah. Brauch ich doch nicht. So. Jetzt bin ich ein bisschen näher am Haus. Himmelchen A sogar. Ist das Quad bei mir? Äh. Seh ich nicht. Ich hoffe, dass es noch da ist. Was ist das? Mysteriöse Kugel, die alles verschwört hat. Äh. 400 Blöcke noch. Geht ja schnell. Was kann man aus Honig alles machen? Honig. Okay. Aus Honig machen. Oh. Honig lasierter Schinken. Und Honig. Äh. Jetzt nicht sehr viel. Äh. Mal hoffen, dass ich das Ding noch hab. Ah ja, ich hab's noch. Okay. Das ist gut. Das ist gut. Dann lagere ich... ...das Zeug hier mal ein. Dann gehe ich weiter Creeper suchen. Hm. Meine Kisten sind bald voll. Ähm... Ja. Äh. Den Rest muss ich halt in den Tabe halten. Außer das. Das tue ich mal hier rein. Das war auch gut. Äh. Habe ich hier noch... Ja. Garnpowder. Garnpowder. Eisenagis. Alles umwandeln. Dann hier ran. Was braucht was hier nochmal? Advanced Bullet. Okay. Alles Garnpowder, was ich hab für braucht. Ja. So, jetzt kann ich das benutzen, um mehr Garnpowder zu bekommen. Es sind echt viele Endermen. Vielleicht soll ich die mal töten für Enderperlen. Brauch ich ja. Das war echt einfach. Der Enderman hat eine Sache vergessen. Ich kann fliegen eher nicht. Aber warum haben wir hier so viele Endermen? Ist das überhaupt faulist oder was? Ist ja noch einer. Aua. Ey. Auch wieder. Ah. Ja, da und da. Diese Partikel sind so nervig. Wow. Battle. Jetzt erst den Enderman Morph? Warum habe ich jetzt erst den Enderman Morph? Weiß nicht. Okay. Die Enderperlen habe ich schon. Goldapfel muss ich jetzt erst den Enderman Morph? Hier gibt es sehr viel. Sehr viel. Was ist denn für eine goldene Karotte? Das kann ich jetzt erst den Enderman Morph? Das kann ich so machen. Dann sollte ich vielleicht noch ein paar Creeper finden. Oh, ich bin ja noch mehr Enderman. Wie viele sind denn hier? Okay. Weitere Enderperle. Aua. Aua. Okay. Ich sehe hier nichts mehr. Fünf Enderperlen habe ich aber schon. Also, ich würde sagen, das war's für die Folge. Und, äh, ja, äh, tschüss. Ah ja, gebt gleich ein Abo. Ja, krass.